hallo freunde der gepflegten virtuellen realität schön dass ihr wieder eingeschaltet habt ihr denkt euch bestimmt auch warum ist hier oben oculus link im fernseher drin ja oculus ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt ob ich den oculus link gerne testen möchte und ja da konnte ich nicht nein sagen und ja habe ich mir direkt einen einsetzen lassen ich kann mich jetzt bequem mit dem pc verbinden habe dann die gleiche grafik power wie der pc hat also alles perfekt nein spaß beiseite leute ich musste mich einer kleinen op unterziehen und wollte euch jetzt mal informieren dass auf meinem kanal momentan dann halt keine gameplay videos stattfinden können weil ja ist eine blöde sache ich kann mich nicht wirklich drehen mit dem kopf und ja in vr muss man sich natürlich öfters mal umschauen und sich bewegen und das ist momentan echt tödlich für mich deshalb möchte ich da momentan kein gameplay machen ich bin auch krank geschrieben das kommt noch dazu deshalb ja kann ich keine videos machen ich hätte es auch gerne auf meinem kanal veröffentlicht als als in schriftform aber leider kann man das erst ab 1000 abos machen also diese 1000 abo grenze die fakt mich momentan echt ab also ich weiß nicht was das für komische regeln sind die youtube darauf stellt man darf nur ab 1000 abonnenten mit dem handy stream man darf nur mit der community schreiben wenn man 1000 abonnenten hat also leute lösung ist ich brauche 1000 abos also leute abo button drücken abo button drücken ja also wenn ihr meinen kanal cool findet würde ich mich natürlich freuen wenn ihr mir ein abo gibt das wird mir helfen das wird meinem kanal helfen und ja ja zum oculus link noch mit sicherheit echt eine coole sache und ich bin gespannt ich werde mit sicherheit auch da noch mal ein test drüber machen von der quest mit dem oculus link aber nichtsdestotrotz werde ich meine rift s behalten und die wird auch nicht sterben ich habe auch gelesen dass ja die entwickler natürlich auch dieses dieses quest link unterstützen müssen das heißt wir müssen anpassungen machen für das spiel und so weiter und ja das heißt nicht dass sofort jedes spiel ja spielbar ist mit der quest dann mit dem quest link aber lassen sie einfach überraschen november ist es ja soweit und ja da kommt mit sicherheit noch einiges gutes auf uns zu und wir können uns einfach nur freuen welche fortschritte wir macht und ja jetzt müssen aber langsam mal die richtigen hammer games raus es ist ja auch asgard roth rausgekommen und ich habe es hoffentlich richtig ausgesprochen roth ja ist rausgekommen und ich kann es nicht spielen echt richtig übel weil da muss man sich ja echt viel bewegen und ist momentan nicht möglich und ja echt richtig übel aber ja da wird es mit sicherheit auf meinem kanal noch einen test zu geben und gameplay mit sicherheit vielleicht ein livestream mal schauen aber ich hoffe ihr nehmt mir das nicht übel dass momentan keine videos veröffentlicht werden können und ich auch keine machen kann also ja trotzdem hoffe ich dass ihr meinem kanal treu bleibt und ja falls ihr das video jetzt erst mal seht auf meinem kanal hier irgendein video ja abo button nicht vergessen und die glocke andrücken definitiv die glocke andrücken oder sebastian hier leute dankeschön für die aufmerksamkeit und ja wir sehen uns wenn ich wieder fit bin dann wird gibt es mit sicherheit noch mal ein livestream also dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten mal